Es gibt nicht nur das Beaumont dieses Stellenhaltes für Plattitüden, Monsieur de la Palisse, es gab tatsächlich einen Monsieur de la Palisse, der seinen Namen, der La Palissade, gab. Sein Epitaph heißt, hier liegt der Seigneur de la Palisse. Wenn er nicht tot wäre, würde er noch am Leben sein. Wenn er der Seigneur de la Palisse ist, wäre er noch am Leben. Diese Namen wurden missverstanden. Where the long S favors the conclusion.